Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 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 2017 Wir waren sehr jung, wir waren einfach 20 und wir wurden bald gemeinsam mit Hermann Dressler zum Gründer im Trio, einer letzten Gruppe, die von sich reden machen sollte. 40 Jahre später mussten wir im Juli 2020 Abschied von der Thiemann-Chibe nennen, die Krankheit bedingt viel zu früh, dass wir schon des Lebens vollkommen sind. Heute erinnere ich mich an diese unterschiedlichen, meist jungen Frauen, die über Wochen, Monate und Jahre zu dieser Woche gehören. Uns alle vereint das Aufbegehren gegen die gleiche Verhältnisse in der DDR, in den letzten unsichtbar blieben, weil eine wirkliche Diskussionskultur durch es besser die Entscheidung der Runden wurde. So wandten wir uns 1983 auf der Sumpre nach geschützten Orten an die Gizemann-Gemeinde und wurden freundlich in die Gemeinderung aufgenommen. Hierfür gilt unser großer Dank mit der Gizemann-Gemeinde natürlich und der damaligen Pastorin Freiburg, die uns begleitete in den ersten Augenkunden und Frau Pastorin Rubenmann, die es ermöglichte, eine Gedenktange aufzustellen. Ich erinnere mich an viele Abende mit Gabi, Claudia, Bettina, Ramona, Marika und anderen aus dem Vorweihungsverein, an denen wir in unserem Wohnung zusammensaßen und diskutierten, das weitere 14-tägige Programm in der Gemeinde, Lesungen, Vorträgen und die Einladung der Gäste oder emanzipatorische Optionen bleiben. Ein Abend zur philomistischen Theologie gehört ebenso dazu wie unsere Forderung an die Berliner Kriminalpolizei, eine Statistik der Gewaltdelikte gegen Frauen, schriftlich Lesben, zu veröffentlichen. Die Antwort lautete, eine solche Statistik gäbe es nicht. Nach dieser Antwort wüssten wir, dass wir die richtige Frage gestellt haben. Klar, feministisch war daher auch unsere Vorweihungsliteratur, die uns in Sokomin aus West-Berlin und den Widerlösen beobachten. Sie inspirierte unser Denken und Teilen und wir sammeln die Bücher und einer Leihkipothek, die allen Interessierten offen stand. Jede in dieser Gruppe übernahm Aufgaben in den Bereich, in dem ihr Begabungen lagen kann. Bettina war meist mit ihrer Kamera unterwegs und schoss viele Fotos. Frau Mona hatte in Konstantin Hermanns Werder die Abitur gemacht und kannte die Kirchen und Strukturen. Sie kommunizierte Geschichte mit der Gemeinde und hier zu jedem treffen in den Gemeinden nur eine kleine Antwort. Gaben und ich verpassten die diplomatischen Texte darüber. Marika wusste gut darüber beschreibt, wie die staatlichen Strukturen aufgebaut sind. Unsere spektakulärsten Aktionen waren zweifellos die Ehemann und die Konzentrationslager Grafsbrück, die uns deutlich zeigten, wie brutal die Stahlfragen der Stadt von Polizisten mit Remittenten in der Saison gegeben haben. Auch unsere meisten im Sommer standen in den Ausführer in der Umland, aber legendär, hier aber beteiligte sich so manche bitterer Ausführung hinter uns in der Saison. So manche Liebesbeziehungen oder Freundschaft entwickelte sich in dieser freien Atmosphäre. Wir gedenken heute auf die Genesse in der Kirche, sondern feiern auch Wirtinas ersten Domestag. Auch viele der Anrufen von damals sind dann alle immer zerstreut. Aber so enthalten sich Leben vergänglich und in ständiger Veränderung. Ich möchte auf dem Bild des Lichtes schließen, dass wir unser Leben auf der Erde unterlässlich ist und eine Universität kraft gesitzt. Schon eigentlich kein kleines Herzenlicht kann die Doppelheit in einem Keller oder einem Schaden sein. Das Licht der Aufregung, das wir damals noch erzulösen und die daraus erlangsten Selbstvermachtung von Menschen, eben Vormundung und Unterdrückung, werden weiter laufen. Vielen Dank. Mir begegnet immer wieder ein Übersetzungsproblem. Sogar noch letztens in der vorletzten Jahre sehr gut gemachten Ausstellung über lesbische Schule, und transaktivistische Gruppen der nächsten DDR-Zeit. Und das ist ein Missverständnis, dass wenn eine Gruppe in der Kirche heißt, dass ihr dann irgendwie Pfarrer oder sowas, Kirchenmitglieder anseiten. Du hast schon angedeutet, dass ihr das sehr wenig wart und sehr froh wart über ein bis zwei Frauen, die das übersetzen konnten in diese Sprache. Und ich bin ja ein bisschen, ein paar Jahre später auch erst mal in den 80 Jahren nach Berlin gekommen, und habe dann ich beide und auch andere Protagonisten wie Christian Puls, der vor zwei Jahren gestorben ist, kennengelernt. Und ich habe irgendwann mit anderen versucht, das mal so zu formulieren. Homosexuelle Selbsthilfe, Lesben in der Kirche und Homosexuelle Selbsthilfe, Schwulen in der Kirche, die beiden Gruppen in Berlin, die zu dem Landzeiten gehörten. Das war eigentlich die Unabhängung der letzten Grundschul- und Bewegung in der DDR. Also, hauptsächlich von allem. Und vielleicht kriegen wir es einfach mal hin, das umzudenken. Die Tammel, die wir bald enthüllen werden, da bin ich mit den Initiatoren drauf, und dann steht G-In-Church Berlin dahinter. Und dazu möchte ich noch ganz kurz etwas sagen, was das bedeutet, weil der Wolfgang es auch hier die G-In-Church Berlin begründet hat. Wir wollen uns und stellen uns in die Tradition dieser homosexuellen Emanzipation, die in der evangelischen Kirche einen Ort gefunden hat und auf sie auch zurückgewirkt hat. 1982, 1983 sind Homosexuelle selber gegen diese antihomosexuelle Gesellschaftspolitik, von der du auch schon gesprochen hast, aufgestanden. Einzelne Gemeinden, wie G-In-Church Berlin, haben den Mut gehabt, daran zu glauben, dass Kirche ein Ort für Lesben und Schwulen sein muss, die herkömmliche heteronormative Gesellschaftsstruktur hinterfragen und ihre Homosexualität nicht als Behinderung oder Sünde, sondern als Gabe und ihre Diskriminierung als ein zentrales Politikum verstehen. Daraus ist eine landesweite Lesben und Schwulbewegung entstanden, die dann auch auf die evangelische Kirche schon damals zu DDR-Zeiten wenigstens etwas zurückgewirkt hat. Und es ist immer noch nicht richtig verankert und auch in der Forschung überhaupt gar nicht herausgearbeitet, dass diese landesweite Lesben und Schwulbewegung integraler, zentraler Bestandteil der Menschenrechtsbewegung in der DDR war. Ob Diskriminierung wirkt, da meiner Meinung nach hart fort. Auch heute scheint es noch manchmal so zu sein, dass Historiker, die sich mit der Oppositionsbewegung beschäftigen, nicht mit so einem Thema beschäftigen, wenn sie es vielleicht schon können. Oder? Jedenfalls ist da noch nicht viel passiert. Die Kirche ist damals durch diese alternativen Bewegungen und Gruppen, entgegen ihrer, jedenfalls damals im Osten, jetzt auch bald im Westen, zahlenmäßig marginalen Gerüstung, zu einem Raum geworden, in dem zentrale gesellschaftspolitische Fragen diskutiert und ausgesprochen werden können. Nicht die Parteien oder andere öffentliche Institutionen waren dieser Ort in der DDR, sondern die Kirche insbesondere evangelische Kirche, jedenfalls die mutigen Gemeinden. Und wir von der Key Church wollen versuchen, das weiter in der Kirche, in der christlichen Botschaft zum Thema zu machen. Und die Perspektiven, die damals aufgerissen worden sind und die spannenden theoretischen Texte, die ihr geschrieben habt, heute noch nicht eingelösen offen sind über Lebensformen und Politik, dass das wieder fruchtbar gemacht wird. Und wir wagen zu sagen, richtig kann man sich das bei uns auch mittun in der Kirche, dass die christliche Botschaft, eine befreiende Botschaft, auch für uns legitimatisern kann. Im Gegenteil, was uns auf der Welt entgegen Tendenzen davon wieder hochkommt. Und zwar eine befreiende Kraft aus Angst, Scham und aus Zwang. Und mit der heutigen Tafel der Tudeln tun wir einen Schritt gegen diese Vergessene, weit gegen Vergessene, unabhängige dessen Spurenbewegung. und wir hoffen, dass in diesem Schritt viele weitere folgen werden. Ein Ort für gesellschaftliche Auseinandersetzung aus der Perspektive des Christentums ist, die geht sie über die Kirche auf dem Freude. Und Herr Bellmann ist für uns und Herr Kitchurch ein großartiger Partner, und das macht man jetzt schon im dritten Jahr. Bei der herrlichen East Pride-Demo, die wir hier durchführen, die wir hier beginnen mit einem Volksheiz oder einer Andacht. Und wo wir immer, wenn der Drucker funktioniert, zwei Wochen vorher ein großes Transparent über dem Eingang haben. Ich weiß nicht, wer das von euch schon weiß. Damals hieß es einmal, Homophobie ist Sündler, dieses aus Homophobie vor dem Krieg. Und in diesem Jahr hieß es, Homosexualität ist für alle da. Und es war für mich ein großes Fest, dass die mehreren hundert Konfirmanden von mir dann am 24. Jahrhundert durchgegangen sind. Vielen, vielen Dank für die Stützen, die an dieser Stelle, liebe Almut, dass wir diese Kooperation haben. Und du hast das Wort. Ich bin auch sehr dankbar für diese Kooperation und dafür, dass ihr Wolfgang Unterhalter auf mich zugekommen seid. Und damals war Christian Kurz auch. Dass ihr diesen Faden hier spinnt mit uns und diese Lücke schließt, weil wir das, glaube ich, als Gemeinde aus uns heraus gar nicht so leid finden. Es ist gut, dass es euch als Energierte gibt, die da hingucken und sagen, Achtung, da ist eine Lücke. Lasst uns die gemeinsam schließen. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass ich jetzt in einer Gesellschaft leben darf, in der Homosexuelle sich nicht verstecken müssen. In Berlin ist es relativ selbstverständlich auch, dass man sich auch auf der Straße nahe kommen darf, Beziehungen geben darf oder andere das auch tun. Ich bin auch dankbar, dass ich in meiner Nachbargemeinde Kolleginnen habe, die als lesbisches Paar im Pfarramt sein können. Und dennoch ist diese Tafel, die wir gleich enthüllen, auch für mich so ein Merkzeichen dafür, dass es weiterhin Mut braucht, dass wir als Kirche, als Raum, unsere Kirchen werden jetzt weniger gebraucht als Raum, wo man sich zeigen kann, weil es eine Gesellschaft selbstverständlicher geworden ist. Dennoch glaube ich, es ist auch unsere Aufgabe, mutig zu bleiben als Kirchen, und wach zu bleiben. Weil es auch selbst in unserem Land nicht selbstverständlich ist, weil auch hier gibt es Geschichten, die es eigentlich nicht geben sollte. Zum Beispiel wurde vor kurzem in Spremberg in der Gemeinde einen Abend abgehalten, wo ein Film gezeigt wurde über ein lesbisches Paar im Raben zu Brück, die dort gemeinsam überlebt haben und nach dieser Zeit auch weiter zusammen gelebt haben in ihrer Beziehung. Und dieser Film wurde gezeigt, und aus diesem Anlass wurde vom Kirchturm eine Regenbodenflagge gepisst. Tolles Symbol, sehr strahlkräftig. Und in der Nacht, auch nach der Veranstaltung, da wurde ein Anschlag auf die Kirche verübt und es wurde ein Molotow-Koktail auf den Kirchturm geworfen. Und das ist schon sehr erschreckend, dass das immer noch möglich ist, oder wieder dann vielleicht. Also dass es immer noch Menschen gibt, die so viel Hass in sich tragen, dass sie nicht akzeptieren können, dass Menschen sich mit Geschichten beschäftigen von Menschen, die marginalisiert und ausgegrenzt wurden und aufgrund ihrer Sexualität oder ihrer sexuellen Identität ins Konzept mussten. Also da braucht es, glaube ich, immer noch Mut und Wachsamkeit. Und ich bin froh, dass die Gemeinde dort in Spremberg nicht aufhört. Dass sie sich weiter damit befassen und weiter auch Flagge zeigen und weiter engagiert bleiben mit diesem Thema, unterwegs bleiben. Dass sie sich Verbündete suchen in der Kirche und diese Geschichte auch erzählen. Weil es ist eine Geschichte, die so nicht passieren sollte, aber gerade deswegen muss sie erzählt werden. Und die haben was ganz Spannendes gemacht, finde ich auch was Mutiges. Die haben an den Kirchturm gemalt und gespult und wächst jetzt eine Blume und dadurch ist der Brandfeld nicht mehr zu sehen. Und es ist ein Zeichen zusätzlich zu der Regenbogenflagge, dass das Leben weitergeht und dass das Leben siegt und siegen möge. Und es gibt einen schönen Spruch aus unserem Kirchenkreis heraus in die Stadt und auch in die Landeskirche getragen. Liebe tut der Seele gut. Und er hat nämlich auch eine Schattenseite und Schattenspruch nämlich Was schadet der Seele? Und ich bin froh, dass ihr so viel Liebe ausstrahlt und auch hier mit dieser Kirche euch so viel Liebe verbindet, dass es euch so ein Anliegen ist, diese Lücke zu schließen und für unsere Gesellschaft hier und auch darüber hinaus euch engagiert für Menschen, die es brauchen. Und ich glaube, das braucht unsere Gesellschaft und unsere Gemeinschaft, dass wir aufeinander achten und versuchen, Liebe zu ermöglichen, da, wo sie eigentlich leben will. Ja, schön, dass ihr da seid und dass wir auch einige, viele sind heute, um mir dabei zu sein und auch Bettina noch mal zu gedenken. Ich würde, ich hätte schön gefunden, sie hätte es noch erlebt, dass diese Tafel aufgenommen wird. Und ich bin froh, dass wir es jetzt heute wenigstens an ihrem Todestag mit dieser Verbindung auch geschafft haben, dass sie fertig ist und ein Zeichen sein darf. Und ich habe vorhin schon geschmult. Ich finde, sie sieht toll aus. Und es ist auch toll, dass sie so farbig ist. Und sie wird auch fallen, die Tafel. Und das hat sie verdient. Und da bin ich froh. 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 Wir machen es so. Wir machen es so.